Komm ich doch nie wieder weg hier komme ich doch nie wieder weg man ist frustrierend okay ist überhaupt nicht auffällig wenn da einer die ganze zeit so ein kram rumschmeißt das wir rennen uns frei also dass das geklappt hat hätte ich jetzt nicht gedacht wow also das war jetzt echt krass wir mussten zuerst die truppen im ort ausschalten bevor wir den zug vernichten konnten okay wie schalte ich denn das ding aus am besten so wir verpfeifen uns gleich von hier boah ist das spannend jetzt bin ich mal gespannt ob das dann schon reicht danke haben die halt jetzt gut abgelenkt die quasi alle abgelenkt wenn man zunimmt gehen wir hier hoch können wir hier im liegen schießen ne ne sinnlos von zu weit will ich auch nicht schießen warum mache ich das eigentlich nicht von hier aus ha deswegen okay nein los hoch hoch du bastard wieder nichts okay zur abmarsch neues einterziel räumt das dorf von feinden boah im ernst jetzt auch echt hier sind wir ganz gut weggekommen jetzt konnten wir die falle für den nahenden zug vorbereiten können wir noch das dorf leer räumen danke guck mal mal hier das ist so ein stark geschützter wie es aussieht den stark geschützten greife ich auf jeden fall nicht an greife ich jetzt von hinten an wow ist das spannend so los bam der ist auch immer noch nicht tot ich habe nichts zum sprengen mehr ist das eine scheiße boah ist das eine scheiße schalldämpfer wechseln kram hammer schalldämpfer schalldämpfer Wow, wow, erst mal ein Adrenalinschub. Okay. Wow, dahin ist einer. Ja, den haben wir betroffen. Einmal. Zweimal getroffen. Ach, Leute. Wir haben auf jeden Fall gut was weggemacht gerade. Das ist hier. Was gibt es hier zu holen? Panzerabwehrkram. Müssen wir mal wieder gucken. Hier haben wir nur noch 50 Schuss. Die Waffe ist eigentlich sehr geil. Eine relativ hohe Präzision. Die Frage ist halt... Ah, da hinten sind noch welche. Die machen wir so nackt. Versuchen wir zumindest. Also so viele sind es nicht mehr. Wir haben jetzt quasi mit einem Ding... Zwei Leute geholt. Also zweimal geholt. Wir müssten jetzt... Ah, da hinten ist noch jemand. Getroffen. Nice. Nice. Wieder nachladen. Nice. Komm, bleib stehen. Ich hol dich. Nice. Und das ist richtig schön sniper mäßig gerade. So lobe ich mir das. Die Frage ist... Ist noch jemand da? Los geht's. Das war's. Hoffentlich war's das jetzt. Einsatzziel abgeschlossen. Wow. Dann bin ich mal gespannt. Anzug auf Destiny. Jetzt bin ich gespannt. Das Problem ist... Sind das unsere Kollegen? Ja. Ja, mit Kollegen fühlt man sich immer ein bisschen wohler. So. Wir gehen natürlich gleich mal hier rüber. Feldgeschütz. Gehen zum Feldgeschütz. Und wo müssen wir jetzt hinschießen? Hier hin oder was? Komm weiter. Ich mach hier Feldgeschütz-Action. Was? Das Viech hat uns quasi getroffen. Und zwar verdammt schnell. Okay. Das ist natürlich krass. Dann müssen wir quasi schießen, Position wechseln. Schießen, Position wechseln. Okay. Zwei Schüsse, Positionswechsel. Wir heizen jetzt hier runter. Wir wollen nämlich gleich hier voll Action geben. Eins. Schneller. Zwei. Noch ein. Einen schaffen wir noch. Komm. Drei. Weg. Weg. Okay, krass. Feldgeschütz nochmal. Das Feldgeschütz bringt nichts. Das Feldgeschütz bringt nichts. Eins. Zwei. Mann. Da war ich wieder zu gierig. Okay. Aber ich denke, wir können das schaffen. Wir werden da hinten gut in Ruhe gelassen. Sagt die Uhr. Okay. Bam. So, jetzt aber hin hier. So, ganz alleine gelassen wären wir hier zum Glück nicht. Los, Abmarsch. Das Feldgeschütz hier ist ganz gut. Das nehmen wir. Da können wir drei locker abfeuern. Eins. Zwei. Abmarsch. Jetzt gehen wir hier hin. Hä? Ich höre es hier einfach nur knallen. Aus jeder Ecke. So, letzter Versuch. Nee, nicht letzter Versuch. Wir ziehen das jetzt durch. Wenn nicht, mache ich mal zwischendurch eine Aufnahmepause. Ich muss nämlich mal dringend auf Toilette. Aber wir heizen jetzt hier lang. Oh, los, heil dich mal. Mädel. Eins. Zwei. So, ich hau ab. Okay. Hier knallt es einfach nur in jeder Ecke. Hier sieht man leider nichts. Kann nur schätzen. Ich muss hier weg. Hier, das bringt nichts. Das sind Kollegen. Das sind Kollegen. Das sind wirklich das siempre. Ich muss hier hin. Das sind wir. Kil Geräusche. Ich muss hier jetzt kurz verlesen. Ich sollte nichtzeugen. Vielen Dank.